Ich bin so tot, ich habe keine Chance. Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn jetzt kaputt? Ja komm, ich kann das Spiel neu laden. Das hat keinen Sinn. Allein mit Freize habe ich keine Chance. Was ist denn da passiert? Was ist denn hier passiert, bitte? Wieso waren alle auf einmal tot? Das muss man mir erklären. Warum waren alle auf einmal tot? Das muss man mir echt mal erklären. Wurden die nicht von ihren Verletzungen befreit? Doch. Merkwürdig. Gut, du hast keine Lyriumtränke. Willst du mich eigentlich... Gut, dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Es wäre nur vorteilhaft, wenn nicht direkt am Anfang anders uns Seagruel umfallen würden. Wobei ich immer noch nicht weiß, warum sie umgefallen sind. So, Momentchen. Also, hier waren nur Genloks. Und dieser Scharfschütze und dieser Behüter. Und dieser Behüter sollen uns alle besiegt haben. Was zum... Alter, macht der Schaden. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Warum kriegen wir alle so viel Schaden? Und jetzt Grobmeilung anders. Alter, was... Was geht denn hier gerade ab? Warum kriegen wir so unnormal viel Schaden? Was jetzt? So. Ihr haltet mal bitte die Positionen. Frezelon, gehen wir da hin. Anders, gehen wir da hin. Bereit. Eine Schande ist das. Eine Schande ist das. So, Frezelon. Ich möchte jetzt von dir bitte eine Schmiere dahin. Und von dir anders warten wir jetzt mal ab. So. Von dir anders möchte ich jetzt da bitte einen Feuerball hin. So. Einfach nur, um uns die erstmal vom Leib zu halten. Ich sollte versuchen, sie anzulocken. Dann laufen die da vielleicht durch. Na, kommt her. Einen konnte ich anlocken. Hast du schon einen? Der ist da durchgelaufen ohne Schaden. Was zum... Bewegt euch. Kluge Wesen, diese dunkle Brut. Muss man sagen. So, jetzt stopp. Anders und ich kümmern uns um diesen Scharfschützen. Ihr bleibt hier. Und move you. Anders, anders, anders. Wo läufst du eigentlich hin? In Ordnung. Wo lauft ihr alle hin? So. Da müssen wir rein. Punkt. Wow. Wo kommt ihr her? Wo? Und warum habe ich Orgron und sie ausgewählt? So. Was? Zum, wo kommt ihr alle her? So, habe ich jetzt mal eine... Nein, ich habe keine Sekunde Zeit. Was ist denn da hinten? Kinder. Wer hätte es gedacht? Ich werde dich vernichten. Ich werde dich vernichten. Achtung, der Verstellung von mir! Achtung, der Verstellung von mir fliegen! Ah! 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 So, jetzt habe ich mal kurz Zeit, es durchzuschnaufen und zu speichern. Also, rein hier zum gekrönten Löwen. Da kamen sie her. Aber wie kamen sie da hin? Lasst es uns herausfinden. Ich glaube, es gab von hier einen Weg in diesen Untergrund von den Banditen. Was zum? Was macht ein jünger General? Hier ist ein Anführer drin. Schön. Wow. Das Baby geht ja ganz schön ab. Wohin? Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Wow. Jetzt ist Schluss. Vorbei, mein Freund. Vorbei. Ich muss den Kampf irgendwie so hinkriegen. Ich habe keine Lyrium-Tränke mehr. Was machen eigentlich Orgrin und Sigrun da? Ich hätte gerne einen Trophäe! Ich zeige euch, warum man da muss. Das ist doch nicht! Hey, Moment. Erstmal Gruppenheilung. Anders kann ich mehr halt kein Mana mehr. Schlecht. Gut. Gut. Dann müssen halt die Wundumschläge ran. So, wir zu dir! Das wäre es. So, jünger General, was hast du denn? Wenigstens einen mächtigen Lyrium-Trank. Das hilft mir ja immerhin. Streitachs der dunklen Brut. Ähm. Ja, was kann dieses schöne Ding denn? Erstmal noch ein paar Sachen wegwerfen, die wir nicht brauchen. So. Wollen wir mal, ob das besser ist als Orgrins Raserei. Obwohl, ne, Orgrins Raserei habe ich soweit mit Runen aufgebessert, dass es eigentlich nicht zu schlagen ist. So. Ich werde jetzt nur noch was auf Magie geben. Das Einzige, was ich wirklich noch brauche, ist Mana. Und zwar verdammt dringend. Alles andere ist jetzt sowieso egal. Ich brauche unglaublich viel Mana. Ohne Mana wird das Ganze verdammt schön. Ernsthaft. Weil die beiden haben es echt schwierig genug im Moment. So. Dazu kommt, dass ihr beide nur Konstitutionen kriegt. Ihr sollt leben. Leben. So. Oh. Da hat es auch was. Okay. Kriegst natürlich die Vitalität. Was sonst? Wo kommt es denn drinnen? Es ist eigentlich egal. Wir müssen jetzt dort hinten durch. Bitte, bitte, bitte. So. Und hier? Oder wo? Ne, im anderen Raum. Hier gar nicht. Hier überhaupt nichts. Hier. Hier in diesem Vorratskeller gibt es einen Weg in die Schmugglerhöhle. Ich hatte also recht. Das war unter dem gekrönten Löwen. Die Schmugglerhöhle. Also rein da. In Ordnung. Von da kommt die dunkle Brut. Das heißt, da wird der Grundpfeiler ihrer Angriffskraft liegen. Also ihre gesamte Armee. Ach, diese Aufnahme geht schon wieder verdammt lang. Meine Stimme nippelt mir schon wieder ab. Oh, was ist denn hier los? Party, Party. Was zur Hölle? Was geht ab? Beweg dich! Was geht hier ab? Noch ein jünger General. Okay, Sigrun wird sterben. Sie steht unter dem Einfluss von... Wie heißt das Ding? Flucht der Sterblichkeit. Er leidt kontinuierlich Geistschang und kann nicht geheilt werden. Das heißt, sie nippelt uns jetzt ab. Steh wieder auf, Sigrun. Quest aktualisiert. Äh, du hast den General der dunklen Brut und seine Trumpen unter dem gekrönten Löwen vernichtet. Da der dunkle Brut allerdings weiterhin gut organisiert ist, musst du dich auf die Suche nach weiteren Anführern machen. Das heißt, das war's noch nicht. Wir haben diesen Anführer zwar auch besiegt, aber das war wieder mal... Oh, Flemmes Besenstiel. Hm, Stab der Verlorenen ist deutlich besser. Der Griff der Elementalisten allerdings ist schön. Haben will... So, Elfenwurzeln und so weiter weg, brauche ich sowieso nicht. Dann kriegst du jetzt Griff der Elements Gedöns. So, nimm. Können wir brauchen. Aber das war's ja noch nicht. Es gibt ja immer noch welche. Freunde, ehrlich mal. Was soll das? So, Anlass, verstehst du? Da war hier mal ein Feuerball hin. Und steh. Und Marsch. Oh, was zum... Wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr denn her? Drei gegen mich. Wie fair. Anlass ist umgefallen. Und es kommen immer mehr. Was soll denn diese Verstärkungskacke? Was hast du denn da eigentlich? Eine Zerrung. Oh. Anders. Anders? Bedeutet nicht, dass du jetzt direkt wieder sterben darfst. Äh, gut. Nimm dir mal die starken Lyrium-Tränke. Äh, Lyrium-Tränke sag ich schon. Natürlich Wundumschläge. Was ist das jetzt? So. Das scheint es endlich gewesen zu sein. Alter. Die strömen hier ja mehr rein als sonst was. Mehr als Ameisen. Und ich mag keine Ameisen. Also lasst uns die Ameisen besiegen. Das ist logisch. Und ich merke, wie meine Stimme flöten geht. Ähm. Nicht gut. Ich sollte weniger rumbrüllen. Oh Gott. Ich ahne Böses. Noch ein General. Bleib stehen. Oh mein Gott. Wo führt der uns nur hin? Direkt zu. Ich bin weg. Tschüss. Was macht ihr da eigentlich? Raus hier. So. Und jetzt Angriff. Da kommt ein gepanzerter Ogre. Hau den um. Oh Gott. Mach dir Platz. Das ist einfach ein Boss. RANDOM. Oh Gott. Das will ihn. Kommt, macht ihr Platz Anders eine Gruppenheilung wäre jetzt nicht schlecht Macht ihn fertig Fall um Ich hab genug von dir Na geht doch Stop, erstmal stehen bleiben Soll erstmal was droppen Komm, drop was Irgendwas